Hallo und herzlich willkommen zu Assertor's Hexenküche. Heute haben wir ganz tolle Neuigkeiten, nämlich der offizielle Roll20-Charakterbogen für Hexen 1733 ist von Ulysses released worden und dem zur Ehre und zur Feier des Tages wollen wir uns das einmal ein bisschen ansehen. Kurz vorweg, die Veröffentlichung war nicht groß irgendwie offiziell, also es gab keine Ankündigung, zumindest nicht, dass ich sie gesehen hätte, weder auf dem Discord noch irgendwie auf Facebook, Twitter, YouTube oder sonst wo. Wir haben das beim Rumklicken irgendwie zufällig gefunden und auch auf die Nachfrage, ob es dafür eine Ankündigung gab, geben wird, gegeben hätte, kam die Antwort von Jan Wagner, dem zuständigen Entwickler bzw. dem zuständigen Head of Digital irgendwas bei Ulysses. Ja, das ist wohl so nebenbei passiert. Also ich würde behaupten, Roll20 hat jetzt nicht die große Megapriorität aufgrund der fehlenden Ankündigung, aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr schöner Charakterbogen geworden, der alle die Dinge behebt, die an dem vorherigen Community-Charakterbogen irgendwie kaputt waren. Noch schneller, sowieso das so lange gedauert hat, bis der offizielle Roll20-Charakterbogen für Hexen draußen war. Roll20 dürfte ein ziemlicher Pain in die Kehrseite, wo die Sonne dir hinscheint, sein für Entwickler mit relativ langen Feedback-Schleifen, bis da was zurückkommt. Und das dürfte relativ anstrengend und langwierig gewesen sein. Das dürfte meines Wissens nach also nicht an Ulysses gelegen haben, sondern tatsächlich an Roll20, dass das Ganze so lange gedauert hat. Aber was lange währt, wird endlich gut. Und wir schauen uns diesen Charakterbogen jetzt hier an. Ich habe da mal eben irgendwas zusammengeklickt, damit ich euch möglichst alles zeigen kann. Das macht jetzt hier absolut keinen Sinn. Ich habe hier irgendwo einfach nur irgendwelche Sachen eingetragen, um zu schauen, wie das funktioniert und um sie euch zu zeigen. Ja, auch die Kleidungssets und Gigerkräfte und so habe ich nichts eingetragen. Also da geht es lustig drunter und drüber, aber Schritt für Schritt. Wenn man den Charakter erstellt, hat man eigentlich hier diese Ansicht. Die kann man hier mit Editieren beenden, beziehungsweise Editieren betreten. Das heißt, dann kann ich hier überall Dinge eintragen. Jägerstufe, Verderbnisse, Motivationen, wo ich dann auch Modifikatoren auswählen kann. Zu den Modifikatoren vielleicht jetzt gleich am Anfang, weil das was ist, das uns immer wieder begegnet. Es wurden nicht alle Motivationen oder ähnlichen Dinge einzeln eingetragen mit allen Boni, Mali und Sonderdingen, die es sonst dazu gibt, sondern es wurde sich dazu entschieden, dass hier ein freies Textfeld ist, zum Beispiel bei Motivation oder auch beim Kleidungsset und es dann noch ein Feld mit Modifikator gibt, wo ich zum Beispiel sagen kann, ich habe eine Motivation, bei der ich auf alle Redekunstproben einen Bonus von zwei bekomme. Wie das dann bei Würfeln aussieht, werden wir uns gleich ansehen. Das stimmt jetzt natürlich nicht. Die Motivation touristig bringt keine zwei Bonus-Würfel auf Redekunst. Aber egal. Auch hier geistige und körperliche Attribute einfach einzutragen, entweder über die Zifferntasten oder einfach rauf und runter klicken. Ebenso hier, das wird automatisch verrechnet mit dem Fertigkeitswert und dem Attributswert. Hier daneben die Hexensymbole sind die Würfelbuttons. Das Würfeln funktioniert ein bisschen speziell. Im ersten Moment leicht unintuitiv, wie ich fand, weil eigentlich würde man erwarten, wenn man hier draufklickt, wird gewürfelt. Ist aber nicht so. Aber dazu gleich. Dann kann man hier die Rollen auswählen, da kann man sich einfach fröhlich durchklicken. Man kann theoretisch auch mehr hinzufügen, auch wenn das natürlich keinen Sinn macht, weil mehr als drei geht halt nicht. Hier restliche Ausrüstung ist ein freies Textfeld. Ebenso das Kleidungsset, wo ich dann auch hier wieder diesen Modifikationsreiter habe, wo ich jetzt hier einfach den Bonus von 5 auf Fingerfertigkeit eingetragen habe. Und auch hier bei den Jägerkräften funktioniert das genauso. Das ist ein freies Textfeld. Keine Ahnung. Feuer und Stahl. Dann kann ich hier die Beschreibung reinschreiben, rein kopieren, mir irgendwie zusammenfassen. Und wenn ich dann irgendeinen Modifikator kriege dafür, dann kann ich den hier vermerken. Was leider nicht geht bei den Modifikatoren, zumindest hätte ich es nicht gesehen bisher, sind für die Esprit-Kräfte zum Beispiel einzustellen, dass alle gewürfelten Esprit-Sterne in der Probe automatisch als Erfolge gelten und nicht nur als quasi halber Erfolg, Anführungszeichen. Schade, aber mein Gott, so viel rechnen wird man ja noch können. Ich kann hier außerdem das Beschreibungsfeld ein- und ausklappen, indem ich hier auf dieses kleine Info-Button klicke. Das geht hier auch bei den Ausbaukräften. Die kann ich vollständig ausfüllen. Die kann ich hier komplett rein kopieren und dann kann ich hier anhaken, ob ich diesen Effekt, diese Einzelfähigkeit bereits beherrsche oder nicht. Und auch bei aktiven Effekten kann ich das genauso machen. Das ist jetzt hier auch mit Active Effects beschriftet. Ich nehme an, das ist einfach irgendein Placeholder, irgendein Standard-Ding, das da drin ist. Aber sollte ich irgendwelche Effekte sonst noch haben über irgendwas, kann ich die hier eintragen. Hier bei allgemeinen Fertigkeiten wenig Überraschendes. Ist auch sogar Hexenkunst schon drin. Ich glaube, Seefahrt ist nicht drinnen. Nein, aber okay, ja, Luxusproblem. Dann gibt es eine zweite Seite, die Kampfseite. Hier kann ich mir ankreuzen, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, hier brenne oder vergiftet bin oder Malusstufen habe oder irgendwie, na, Lähmungsschaden. Hat sogar Mausober. Und auch hier kann ich einen Zustand reinschreiben. Ich kann hier die Panzerung anklicken, die ich habe. Je nachdem verändern sich hier auch meine Aktionspunkte. Und ich kann auch meine Häkchen bei Erste Hilfe und magische Heilung setzen. Und auch alle wieder wegmachen. Dasselbe ist auch hier bei den Waffen. Wichtig dabei, wenn ich hier auf zitieren, beenden gehe, also raus aus dem Editions, aus der Editionsansicht, dann werden mir hier nur die Waffen angezeigt, die ich auch angehakt habe. Auf dem normalen Papiercharakterbogen wäre das dieses hat-dabeifällt. Also die Waffen, die ich tatsächlich bei mir trage, die muss ich dann hier anhaken und nur dann werden sich hier angezeigt. Das hilft ein bisschen der Übersichtlichkeit, wenn wir nicht in ewig hundert Jahre suchen. Auch die Aktionspunkte stehen gleich dabei. Der Fertigkeitswert und auch der Schaden, den die Waffe standardmäßig macht. Und es gibt auch ein Parierfeld. Das gibt es halt bei allen. Auch dort, wo ich nicht damit parieren kann. Ja, mit der Moskite kann ich nicht parieren. Und beim Maus-Over zeigt er auch an die Voraussetzungen, die die Waffen haben. Zum Beispiel hier bei der Fechtwaffe, Parade minus eins. Oder bei der Pistole kann ich immer schießen. Bei der Moskete müssen alle frei stehen und solche Dinge. Gut, was gibt's noch? Wenn ich hier zurückgehe ins Editieren, dann habe ich hier noch ein paar Anhack-Dinger. Je nachdem, ob mein Charakter Rage benutzt, bzw. ob man das in seinem Spiel benutzt, kann ich das hier anhacken oder nicht. Dann werden hier die Garage-Buttons ein- oder ausgeblendet, genauso wie Ambition oder Quintessenz. Und was man auch noch machen kann, ist man kann sich die Chips als Stapel anzeigen lassen. Ja, das ist Geschmackssache mehr oder weniger. Ich finde es so einfach übersichtlicher mit den Zahlen. Aber die grundsätzliche Option finde ich sehr schön. Gut, dann gehen wir mal auf Editieren beenden und schauen uns an, wie das mit dem Würfeln funktioniert. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal was, auf das ich jetzt keinen Bonus eingestellt habe. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel auf Reflexe würfeln möchte, dann klicke ich hier auf das Hexensymbol und dann gibt es hier oben dieses Feld. Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das ist im ersten Moment ein bisschen unintuitiv, weil man würde vermutlich erwarten, wenn ich hier draufklicke, dann wird gewürfelt. Ich habe aber zuerst hier oben dieses Feld. Finde ich auch gut, dass das hier direkt im Bogen ist und nicht irgendwie in einem extra Pop-up, einem Fenster oder sonst irgendwas, das man dann übersieht, wo man dann hundertmal herumklicken muss. Wo ist es denn? Sondern ich habe das hier oben. Für den Fall, dass es zutrifft, kann ich hier dann auch noch Mali oder Boni verrechnen. Es geht nicht beides gleichzeitig. Also ich muss vorher schon ausrechnen, was bleibt über von meinen Mali oder Boni, wenn ich mehrere davon habe. Aber mein Gott, diese Subtraktionsaufgabe wird man ja lösen können. Wir machen das jetzt erstmal ohne Bonus. Ich würfel hier einfach mal und dann habe ich hier im Chat-Fenster gleich die Anzeige. Erfolge 2, Esprit 0. Schauen wir mal, ob ich irgendwo Esprit-Stern kriege. Genau hier. Erfolge 2, Esprit 1 und so weiter und so fort. Hat auch kein Erfolg. Also da kann ich jetzt fröhlich vor mich hin würfeln. Auch hier 2 Esprit-Sterne, 2 Erfolge und so weiter. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Bonus, zum Beispiel durch irgendwas, weil die Probe besonders leicht ist, dann klicke ich das hier einfach an, klicke wieder auf Würfeln und auch das wird dann automatisch verrechnet. Genauso wie ihr hier gleich die Erfolge richtig verrechnet. Also ich habe hier einen Bonus gewürfelt im Chat-Fenster, sieht man das, und einen normalen Erfolg quasi ohne den Janus-Würfel und 2 Esprit-Sterne. Und er sagt mir hier gleich 2 Erfolge. Wenn ich zum Beispiel einen Malus habe und ich würfle nochmal, dann zieht er auch den Malus durch die Janus-Würfel direkt ab. Wenn ich jetzt hier auf Zurücksetzen gehe, wenn ich jetzt eine Probe nehme, auf die ich schon einen Bonus habe, wie zum Beispiel hier von unserer Motivation, die falsch angegeben ist, oder von dem Kleidungsset, das uns einen Bonus auf Fingerfertigkeit gibt, wir füllen mal auf Fingerfertigkeit, dann wird der Bonus, den ich über diese, zurück ins Editieren-Feld, den ich über diesen Modifikator eingetragen habe, hier automatisch schon eingerechnet. So, dass ich dann eigentlich nur, wenn ich einen Malus habe, das nochmal rausrechnen muss. Und auch dann funktioniert das genauso. Ich habe hier drunter auch die Extrawürfel, einen Segnungswürfel, wenn ich da draufklicke, wird der einfach gewürfelt. Genauso wie Blutwürfel, wenn halt, wenn ich halt irgendwie mehr Blutwürfel würfeln muss, muss man hier halt dreimal draufklicken. Und der Elixierwürfel. Was es nicht gibt, ist der Hexenwürfel, äh, nicht Hexenwürfel, der Fluchwürfel. Aber der Fluchwürfel ist eigentlich ja nur ein Reskin vom Elixierwürfel, also ist das am Ende vom Tag. Auch egal, Verzeihung dafür. Ich schneide hier jetzt aber nicht rum. Gut, hier noch zu den Coups und Ideen, also zu den Ressourcen. Ähm, die werden auch nicht automatisch verrechnet, weil das System ja nicht weiß, wofür gebe ich den aus. Gebe ich den für eine Jägerkraft aus? Gebe ich den fürs Fokussieren aus? Oder was auch immer. Ja, ähm, das heißt, ich kann, äh, ich muss hier die selber hoch und runter rechnen und mir ein- und austragen und dann auch selbst mir den Bonus verrechnen, beziehungsweise die Jägerkraft anwenden. Es gibt auch kein Hardcap, also nur weil hier steht Coups, maximal 5, weil der das aus, äh, meinem Athletikwert errechnet, lässt er mich trotzdem so viele Coups eintragen, wie ich will. Ja, bis zu einem Maximum von 20. Geht halt in der Realität nicht, ne, aber, ja, ist kein, kein hartgecodetes Cap drinnen. Ja, mei, ja, auch sonst, ähm, kann ich das hier ein- und ausstellen, je nachdem, genauso wie ich hier Verderbnis mir eintragen kann, so viel ich möchte. Gut, und das war's eigentlich. Ja, das ist der gesamte Charakterbogen. Wenn ich hier eine Ausbaukraft hätte, das vielleicht noch schnell, ähm, ich trage da jetzt einfach irgendwelche lustigen Dinge ein, ja, äh, Blindtext, damit man das eben in der Abbildung gleich sieht. Das habe ich nämlich vorher nicht vorbereitet. Sie sehen hier nun die kreative neue Ausbaukraft, so, editieren, beenden, dann, ähm, hat er das hier auch gleich so drinnen, wie wir das kennen aus den Regelwerken, dass, ähm, das so drin steht, so. Ja, und auch hier, wenn ich in die Beschreibungen gehe, und jetzt hier sage ich, okay, das besitze ich, und das auch, und, äh, den hier, dann färbt er mir die auch ein. Wenn ich das aufklicke, dann zeigt er mir hier unten die Beschreibung an, die ich eingetragen habe. Muss ich halt alles händisch machen, weil das nicht, äh, übertragen wurde, aber das ist ein bisschen Copy-Paste aus dem Regel-Wiki, äh, im Zweifelsfall, und dann ist es fertig. Ich kann natürlich, äh, hier, äh, hier, na, editieren, kann dann auch zum NSC umwandeln, äh, ja. Dann kann ich, äh, hier im Endeffekt genau das Gleiche machen, ähm, und Dinge hinzufügen, Kräfte, Angriffe, Waffen, wie auch immer. Ich kann dann auch aus ihm heraus würfeln, ja, wo ist er? Wenn ich ihm jetzt eine Jägerkraft gebe, na, keine Ahnung, irgendwas, Angriff, 7, Schaden, 4, bla bla, äh, und der soll jetzt damit angreifen, dann funktioniert das genauso als NSC. Ja, ich kann den auch genauso wieder einfach umbauen, sozusagen wieder ein SC. Und fertig. Ja, so kann man auch relativ schnell eigentlich NSCs erschaffen, äh, und mit denen dann auch relativ komfortabel würfeln, wo das vorher eben Community-Charakterbogen ja, hat das Würfeln ja gar nicht funktioniert, also da kam irgendein, Verzeihung, Bullshit raus, ähm, so dass man sich das dann mit Makros lösen musste, für die man natürlich wieder einen Pro-Account braucht, und so weiter und so fort. Ähm, aber hier mit dem Charakterbogen an sich, der kann eigentlich alles, was man braucht, und das war's eigentlich. Ja, ich bin relativ begeistert von dem, ähm, ähm, der ist mindestens auf dem Level, den auch der Foundry-Charakterbogen hat, ähm, der andere Vor- und auch Nachteile hat, so wie Foundry an sich, aber er funktioniert ganz hervorragend. Äh, er hat auch ein Tutorial, das kann ich hier mal kurz zurücksetzen, das erklärt einem dann schnell, äh, man kann hier wechseln, und, ähm, ich kann Boxen anzeigen, und wie man Proben würfelt, und wie man die Marker einstellt. Also das ist schon ein hübsches Ding geworden, ja, äh, sie sehen mich klatschend und begeistert. So, und jetzt habe ich fast 20 Minuten über diesen Charakterbogen gelabert, das war der krasse Newsflash, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.